was geht kämpfer fifa gaming ad hier und ich will nicht lange rum schnacken im hintergrund seht ihr ein richtig geiles gameplay im neuen erst gehabt mit richtig geilen toren das dritte tor oder dritte oder das zweite tor war richtig geil also alle tor waren geil außer bis ins letzte war nicht so gut egal ja vielleicht wie ihr vielleicht wisst ich kann gerade nur sportbilder oder sowas was jetzt gerade kommt hochladen da ich nicht gegen freunde zocken kann scheiße ja ich kann erst 15 erst wieder gegen freunde zocken da ich neun anbieter also neun anbieter abgeschlossen habe aber der erst ab 15 ersten funktioniert ja das ist halt ein bisschen blöd aber vielleicht können wir davon noch ein wager match aufnehmen das heißt beim lernen der lernen kann gegen freunde zocken dazu kommen wir aber auch noch gleich vielleicht ihr vielleicht wisst ich zock manchmal noch mit paar abonnenten gta und ich zock auch mit dem marco von ultimate bros gta der nimmt gta videos auf mit mir da bin ich immer zu gast in den videos ja bei dem zock ich auch noch morgen beim turnier mit bei so einem turnier mit wird bestimmt richtig witzig ich denke dass ich nicht so gute chancen habe da ich einfach gerade so in fifa nicht so der sucht die bin ich mal so und meistens rgta zock ja wird dem fall ein bisschen lustig man muss ja nicht mehr erster sein hauptsache hat spaß und kumpel macht auch noch von mir mit ja jeden fall checkt den ihr kanal ab link ist von ultimate bros hd in der beschreibung ich hoffe ich habe den link dein name jetzt richtig ausgesprochen marco grüß dich jeden fall und ja von kevin von die fifa kann das ist der link jeden fall auch in der beschreibung weil mit dem mache ich im 2015 schon dieses jahr eine serie die heißt es kann nur einen kevin geben und ja vielleicht habt ihr bemerkt dass ich einen neuen kanal banner habe im hintergrund habt ihr gerade richtig geiles so von ibrahimovic gesehen übrigens vielleicht habt ihr bemerkt dass ich einen neuen kanal banner habe den hat mir mein kumpel luki gemacht hat er hat auch einen kanal link von dem sein channel ist jeden fall auch unten in der beschreibung schaut jeden fall mal bei ihm vorbei wäre nett dass sie bei ihm abo da lässt hat es echt verdient und ja jetzt habe ich noch jetzt habe ich noch knapp eine minute jetzt kommen wir zum giveaway ist wir verlosen 50.000 als die kleine entschädigung ist zwar nicht so viel aber ich glaube am anfang reicht das mal was sie dafür tun tun müsst oder vielleicht auch wahrscheinlich schon seit ein abonnent sein von uns das video like und schreiben ich will die coins weil der satz am anfang ist in der beschreibung wenn den satz zu ende geschrieben hat dann schreibt dahinter hashtag fghd ist gleich fifa gaming hd und ja das war es was eben alles machen müssen der gewinner wird am montag oder am dienstag bekannt gegeben und ja die verlosen geht auf der playstation 4 und playstation 3 weil ich nur die playstation gerade besitze und ja das war es zu dem video ich hoffe euch hat es gefallen dann würde ich sagen viel glück beim giveaway und kevin ist raus und ciao